World Cup 25. Juni 2014 Bosna vs Iran Kommentar von deseltsam Kenzi Video, für beide Teams dürfte es kein Weiterkommen mehr geben. Bosna hat gegen Argentina mit 1 zu 2 verloren und auch gegen Nigeria gab es eine Niederlage von 0 zu 1. Der Iran hat zwar gegen Nigeria ein Unentschieden mit 0 zu 0 geschafft, dann aber gegen Argentina mit 0 zu 1 verloren. Der Iran müsste hier also unbedingt gegen Bosna einen Sieg einfahren, was ich aber für unwahrscheinlich halte, weil ich denke, Bosna wird dieses Match gewinnen.